Herzlich Willkommen auf der 28. Hanfparade. Der Ersten, auf der das möglich ist. Gönnt euch Leute, das haben wir uns verdient. Na, wie schmecken die legalen Joints nach all den Jahren? Schmecken die so geil, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ich weiß nicht, hatte ich mir irgendwie bürgerlicher vorgestellt, diese legalen Joints. Der schmeckt noch nicht mal versteuert. Komisch. Der könnte noch viel mehr nach Freiheit schmecken. Der schmeckt irgendwie bitter. Vielleicht liegt sie an mir. Sekunden. Ich bin Wäth sit Stillabschied? Ab redeem mich, wer ihr euch verdient Nerede? st Partーーie, wir machen das膺iente mover dich und spenden Tagdlป egne. Yık wir schon meistens sind. Vielen Dank.